Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Xiaomi Mi 9T Pro Smartphone. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Smartphone für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zum Handy unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, in der heutigen Zeit ist ein Smartphone wirklich nicht mehr wegzudenken. Wir können so viele praktische Funktionen vereint mit einem kleinen Gerät erledigen, Das ist ohne Frage schon ein kleiner Wundercomputer. Deswegen finde ich es schön, dass du dich auch dafür interessierst, so ein neues wertiges Smartphone zu erwerben. Bei diesem Modell hier gefällt mir die technische Ausstattung wirklich sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein funktionales und wertiges Smartphone zum fairen Preis erwerben kannst. Auch das Design gefällt mir hier wirklich sehr gut. Sieht cool und modern aus, so wird es vielen Leuten sehr wahrscheinlich gut gefallen. Allerdings möchte ich hier noch einen wichtigen Hinweis anmerken. Ich finde, dass viele Leute in Sachen Smartphone-Anschaffung zu verschwenderisch leben. Muss es wirklich jedes zweite Jahr ein neues Smartphone sein? Brauchst du diese Upgrades der technischen Funktionen überhaupt, wenn du eigentlich eh nur dieselben Apps wie WhatsApp und Co. verwendest? Das solltest du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Denn oftmals tut dein altes Smartphone den Job eigentlich auch noch sehr gut, aber das ist nur ein Tipp von mir an dieser Stelle. Ich habe halt nur schon mal gemerkt, dass ich irgendwie die Ansicht habe, dass sich zu viele Leute zu schnell ein neues Smartphone anschaffen. Aber im Endeffekt kann natürlich jeder mit seinem Geld machen, was er möchte. Nun zurück zu diesem Smartphone. Wie bereits gesagt, die technische Ausstattung gefällt mir hier wirklich sehr gut. Ich finde, das ist ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, aber das soll auch jeder Smartphone-Freund selber für sich beantworten. Design und Handhabung gefallen mir auch sehr gut, weswegen ich hier in der Tat eine Kaufempfehlung aussprechen kann. Das Amazon-Angebot zum Smartphone werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, Ciao! Vielen Dank!